Moin Moin, ich bin Tizian und wir grüße dich recht herzlich zu einer weiteren Folge Minecraft Bauernhof, Tizian Bauernhof, genau zum Tizian Bauernhof und wir waren ja gestern, gestern in der Folge waren wir ja hier zu Gange und haben uns durchgebuddelt und ich habe mittlerweile auch mal geguckt in der alten Folge, wo ich denn da stand und das waren die Koordinaten, also 40er Höhe, 40er Höhe, haben wir und 556 haben wir auch, oh wir sind gar nicht mehr so weit weg, ich muss auf minus 3591 und wir sind auf minus 2801, das heißt wir müssen ungefähr, das sind 600 Blöcke, das sind nochmal 200 Blöcke, 800 Blöcke in diese Richtung und da sind wir genau auf dem Tunnel, so wie wir, so wie ich den vorher auch gebaut hatte, auf den anderen Spezialtunnel, so jetzt ist hier eine Höhle, schon wieder eine größere, da wollen wir uns auch gleich mal ein bisschen schützen, dass wir nicht hier gleich, ähm, ah ok, ich höre schon was, habe ich eigentlich eine Rüstung an, ja, ich höre hier schon was klappern irgendwo, das ist aber nicht, da ist ne, da liegt ne Fackel, die ist wahrscheinlich irgendwann mal abgefallen, oh du Heilige, komm her, ich will eigentlich nicht unnötig den, den Gang nicht unnötig vergrößern, äh, das müssen wir einmal so machen, zack, ok, jetzt haben wir den schon mal weg, das ist schon mal einer, da kommen nochmal zwei, alles klar, komm mal her, nochmal eins, nochmal zwei, von mir aus kannst du auch explodieren, wenn dein Kollege daneben steht, äh, ok, du bist weg, du bist auch weg, alles klar, die haben wir weg, da sind jetzt noch Skelette, alles klar, der dreht sich schon mehr, der hat schon wieder ein Aimbot an, der Kollege, komm mal hier rum, komm mal hier rum, komm mal hier rum, dann kriegst du hier einen auf die Nase, wie der aber auch sofort schießen kann, ne, wie er auch sofort schießen kann, der Wahnsinn, so, pass mal auf, die hier sind jetzt noch überflüssig, die kommen weg, und dann können wir uns hier ne, hier einen Schutzwall entlang bauen, der mich davor ein bisschen beschützen soll, wer hier alles entlang läuft, und zu mir möchte, oh, da ist ein Enderman sogar, da ist sogar ein Enderman in dieser Höhle, oh, ich höre jemanden klappern, nicht, dass der mich abschießen kommen will, also nicht, dass er mich abschießt, während ich da am, ähm, am Steine verlegen bin, das wäre, das wäre, das wird doof, weil dann fahren wir da, dann fahren wir da runter, und das möchte ich auf gar keinen, oh, fuck, da kommt noch ein Creeper, warte, oh, scheiße, schade, ich dachte, ich könnte ihn noch aussperren, aber es hat nicht funktioniert, das hat leider nicht funktioniert, ihn auszusperren, so, dann hauen wir ihn halt um, dich kriege ich aber ausgesperrt, definitiv, äh, mal gucken, wen jetzt noch, müssen hier drüben auch auf jeden Fall eine, eine Schutzwand errichten, nicht, dass wir, ach, das ist der Enderman, nur der ist nicht so schlimm, der macht ja nichts, solange wir ihn nicht angucken, ne, solange wir ihn nicht aggro machen, ist der eigentlich alles, ist der alles ganz, äh, Suche mit dem Typen, äh, wer kommt da noch so? ich glaube, das ist nur der Enderman, ne, der da ein bisschen am, ähm, ja, der hat, oh, der hat sogar leuchtende Augen, ey, wie krass, ähm, pass mal auf, da ist nochmal einer von den Kollegen, hier ist noch ein bisschen Bruchstein, oh, oh, da hat jemand, da hat es jemand geschafft, hier rüber zu kommen, ist aber nicht gut, tschüss, da sind noch mehr, ne, einer ist hier noch, ah, da ist noch einer, den müssen wir auch erstmal hierher triggern, damit der, da ist er, ja, siehste, das habe ich mir doch gedacht, dass ich da irgendwo runtergeschossen werde, und dann ist das, dann ist das gar nicht so gut, ähm, da kriegt man dann immer auf die Schnauze, beziehungsweise er jetzt ja in diesem Fall auch, hui, 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 das waren jetzt aber echte Fights, ey, das ist, äh, sowas möchte man auch nicht andauernd erleben, so ein bisschen hier, ähm, ich möchte eigentlich auch nicht so gerne, wenn ich da jetzt von unten beschossen werde, das passiert nämlich ganz schnell, dann kriege ich da auch ganz fix einen auf die Nase, das ist auch nicht so gut, beziehungsweise es könnte dann passieren, dass ich runterfalle, und das will ich auf gar keinen Fall, muss das hier mal ganz kurz ausfüllen, es ist eine scheiß Arbeit, ne, muss man ganz ehrlich sagen, da ist schon wieder ein Creeper, aber wir werden uns mal hier ein bisschen abschotten vor dem ganzen Kram, ne, dass uns da nix, nix passieren kann, so sehr schön, das ist auf jeden Fall, jetzt sind wir einigermaßen safe, jetzt sind, ja, wir sind nicht nur einigermaßen, sondern wir sind jetzt, glaube ich, safe, ne, ich glaube, hier kann jetzt, glaube ich, nix mehr, nix mehr reinkommen, was mich in irgendeiner Art und Weise bei meiner Arbeit hier behindern könnte, gut, dann machen wir uns jetzt mal weiter, die nächsten, oh, da ist schon wieder gleich, da ist schon wieder gleich der Boden unter den Füßen weg, wer hätte das gedacht, dann machen wir uns mal weiter auf den Weg, ne, wir haben noch zwei, ne, was waren das, 600, 800 Blöcke für uns, ne, die wir hier auseinander nehmen müssen, 800 mal 9, könnt ihr mal rechnen, wie viele das sind, wobei das sind 8.000, 7.000, äh, 7.200, ne, ja, 8 mal 9 ist ja immer einfach zu rechnen, da muss man einfach nur mal 10 nehmen und dann einmal wieder, einmal wieder abziehen und dann passt das, das ist eigentlich das Gute daran, wer von euch kommt eigentlich aus dem Norden, das ist momentan echt stürmisch hier bei uns, ne, das ist echt krass momentan, was schon wieder abgeht, bin mal gespannt, ähm, wie, oh, da oben ist noch Eisen, ähm, wann sich das wieder, wieder beruhigt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in der letzten Zeit immer stürmischer wird, es wird irgendwie immer, immer stürmischer, also irgendwie ganz komisch, meiner Meinung nach, irgendwie so, als ob das, ja, gar nicht mehr, was sind das eigentlich für, das sind einfach nur Grafikfehler, ne, ja, das gar nicht mehr, was ist, wenn das nicht abgebaut worden ist, dann sind das schon wieder, dann sind wir hier gerade, aber, ähm, Dings, ne, dann sind wir hier, ähm, ähm, äh, wie heißt das, ähm, dem Extreme Hills, wenn hier sind wir, extrem hills, da, 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 ich gucke gerade mal, wo sind wir gerade, extrem, nee, wie heißt das Bio oben, wo wir gerade drin sind, ich habe es wahrscheinlich gerade schon gesehen, aber, was soll das denn? Keine Ahnung, wahrscheinlich ... ach so, das ist doch ein Dings, ne ? Ja, da ist ein Villager-Zombie. Das müssten eigentlich, wenn nämlich das da Silberfische sind, was ich vermute, dass es das sind, weil ansonsten hätte mein Tinkas Hammer das abgebaut, dann sind wir hier in den Extreme Hills. Da haben wir hier ein Extreme Hills-Gebiet gefunden. Das ist doch auch cool. Ja, ja. Solange er nichts auf mich schießt, ist alles gut. Kann er da unten so lange rumknurren, wie er will? Das tangiert mich Gott sei Dank nicht. So, ein paar Steine wieder hier hingelegt. Ich mache das jetzt auch einfach nur mit Bruchstein erstmal, weil ich jetzt auch... Ich möchte gerne zum anderen Ende kommen, so langsam. Ich möchte euch da ja nicht zu lange mit... Ja, wobei... Wobei, ich habe das jetzt auch schon wieder bei anderen Let's Playern gehört, dass die in den LPs davon gesprochen haben, Ja, ich will das und das nicht machen, weil das ist ja bestimmt langweilig zum Zusehen. Da muss ich mich ganz ehrlich fragen, wenn es irgendwas gibt, was langweilig sein könnte... Also ich finde an meinen Let's Plays gar nichts langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das könnte jetzt natürlich der ein oder andere sagen, Boah, wie eingebildet bist du denn? Aber ich finde an meinen Let's Plays nichts langweilig. Ich mache alles, was ich mache, mache ich gerne. Und dadurch, dass ich eigentlich die ganze Zeit versuche zu reden, versuche ich ja auch irgendwie so ein bisschen... Ja, es interessant zu gestalten. Ich weiß auch natürlich, dass jetzt wahrscheinlich bei diesen Folgen, weil ihr das jetzt ja in der gestrigen Folge schon gesehen habt, dass ich hier am Tunnelgraben bin, wahrscheinlich die ein oder anderen weniger Zuschauer dabei sind. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber das stört mich auch ganz ehrlich nicht, weil es gibt... Also ich mache das ja für die Leute, die das dann trotzdem gucken. Ich mache das ja nicht für die Leute, die es nicht gucken. Das wäre ja doof. Übrigens, wo wir gerade beim Gucken und Nichtgucken sind, falls ihr was sehen wollt von mir, wo ich nicht hier im Tunnelgraben bin, sondern vielleicht mal woanders, dann müsst ihr unbedingt mal beim Pesti auf dem Kanal vorbeischauen. In seinem derzeitigen... Oder die derzeitigen Folgen vom Beyond-Projekt, was er hat, da spiele ich drin mit. Und das werden bestimmt so drei, vier Folgen sein, wo ich dabei bin. Und da könnt ihr gerne mal reingucken. Und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mal ein paar Grüße über die Kommentare da lasst. Das würde mich echt freuen. So, das wollte ich nochmal... Ich wollte nochmal Werbung in mehr oder weniger eigene Sachen machen. Aber das ist ja auch richtig. Ich habe es ja auch schon angesprochen, glaube ich, in der Sonntagsfolge oder so oder Anfang dieser Woche. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwann habe ich es schon mal angesprochen, dass ich ja bei Pesti ein bisschen mitgespielt habe. Und eine Menge gelernt habe über... Wie man mit RF-Tools Dimensionen erstellt. Also, das war schon sehr cool. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen bei meinem Beyond-Projekt am gucken, wie ich das denn gegebenenfalls machen kann. Genau. Dass ich das auch irgendwie hinkriege mit den Dimensionen. Weil das finde ich schon irgendwie attraktiv. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat schon was. Wenn man sich so ein bisschen seine eigene Dimension nur mit Iron Ore zum Beispiel bauen würde. Oder nur mit Iron. Schon fertige Iron Blocks. Das wäre krass. Und dann lässt du einmal kurz in den Bildersblock rüber gehen. Der dir, was weiß ich, einen Chunk abbaut oder so. Dann hast du ausgesorgt. Dann brauchst du nichts mehr. Dann ist dir alles egal. Das wäre eigentlich ziemlich cool, sowas zu machen. Muss mal gucken. Vielleicht ist das so eine Geschichte, die ich in Beyond mal antreibe bei mir. Ich habe ja momentan das, was ich... Ich habe momentan bei Beyond ein anderes Problem. Und zwar... Funktioniert das Chunk-Loading nicht sozusagen. Also, es ist nicht... Die Chunks sind nicht geladen, wenn ich nicht da bin. Bedeutet, es wird halt auch nichts abgebaut. Das ist halt so ein bisschen... Das ist so ein bisschen doof momentan. Ich habe jetzt erstmal einen Bildersblock hingestellt, weil da habe ich mal gehört, das hat mir Gehl mal gesteckt oder gesagt, dass der Bildersblock einen Chunk-Loader drin haben soll. Und im Grunde hat das ja auch bei allen anderen Sachen immer funktioniert. Wenn ich einen Bildersblock irgendwo stehen hatte, dann hat das ja auch funktioniert mit den Chunks, dass die geladen werden und abgebaut werden und so weiter und so fort. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt in diesem Fall auch so ist und das dann so wird quasi. Dass alles schön abgebaut wird. Das ist meine ganz große Hoffnung. Ich hoffe übrigens, dass ich mich in der letzten Folge noch lauter geregelt habe. Ich habe nämlich hin und wieder mal gesehen, dass ich das mal wieder vergessen habe, meine Sounds anzupassen. Weil ich muss immer so einen kleinen Tick mich selber beim Schneiden wieder hochdrehen vom Sound, weil ich ansonsten zu leise bin. Gehen wir mal das Ding. Die Schaufel. Okay, das war es hier mit Schaufeln. Ja, ich muss mich da immer ein bisschen hochdrehen, weil ich habe das momentan ein bisschen leiser eingestellt, das Ganze. Hat aber auch den Hintergrund, dass ich da nicht mehr so halle. Dann halle ich nicht mehr so und das ist dann natürlich auch besser. Glaube ich auf jeden Fall. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich müsste mal, das wäre eigentlich so die nächste Investition, die ich tätigen würde für mein ganzes Equipment. Sprich, nochmal wieder ein anderes Mikrofon beziehungsweise ein vernünftiges Mischpult und vielleicht ein, zwei weitere oder ein, zwei Soundkarten. Und dann, dass man halt so die ganzen einzelnen Sachen hardware-seitig, oder haben wir schon wieder kaputt, hardware-seitig irgendwie regulieren kann und regeln kann. Das wäre eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. So, das beiseite, das beiseite. Wie weit sind wir jetzt? Wir sind schon bei, oh, es fehlen nur noch 600 Blöcke. Wir haben 200 Blöcke jetzt gemacht in dieser Zeit, ne? Ohne Scheiß. Und wir hatten eine ziemlich lange Fregelei gehabt mit der, mit der, mit der, mit der Dings, ne? Wie hieß das nochmal? Wie heißt das? Oh, warte mal, wir nehmen Eisen gar nicht auf, ne? Sehe ich gerade. Ich bin ja mit Eisen, bin ich ja, liegt hier Eisen irgendwo rum? Da müsste irgendwo Eisen drinnen liegen. Hier müsste irgendwo Eisen drinnen liegen. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Bis wir das rausgepickt haben, habe ich nicht daran gedacht, dass ich, ne, warte mal, wir können das auch anders machen, ne? Genau, so können wir das nämlich auch machen. Da hätte ich ja gleich mal drauf kommen können, dass ich, dass ich, dass ich denn, dass dementsprechend, habe ich ja alles mitgezogen, was da hinten so lag. Nicht, dass da hinten auch noch Eisen rumliegt. Obwohl, das bleibt ja auch noch ein bisschen liegen, ne? Das, ähm, ich muss ja da in den Chunk sein, damit es despawn und so weiter und so fort. Und dadurch, dass wir uns ja hier gleich weiter bewegen, äh, kann das gut sein, dass der Chunk da hinten gar nicht geladen wird. Wo, das andere Zeug drinnen liegt. So wie das ja auch mal ein Problem bei Beyond momentan ist, dass der Chunk da auch nicht geladen ist, weil keiner da ist. Das ist echt so ein bisschen eine kleine Problematik, aber da werden wir mal gucken. Da werden wir uns auch noch was einfallen lassen. Beziehungsweise vielleicht hat sich das ja mit meinem, mit dem Bildersblock jetzt schon erledigt, dass jetzt der Chunk geladen wird. Das wäre natürlich ganz fantastisch. Dann brauche ich da nämlich gar nichts machen mehr. Zack. Und ein Level Up für den Hammer. Sehr schön. Das freut mich unheimlich. Dann kann er nämlich gleich, dann haut er doch gleich viel, viel besser wieder zu. So, hier oben das nochmal mit raus. Die hat aber auch einen, die hat auch schon einen ganz schönen Affenzahn drauf, ne? Die, äh, die Pickaxe, die macht ganz schön, die macht schon gut was weg. Oh, ich habe wieder Sand oder Erde zum Tragen. Müssen wir einmal ganz kurz, einmal ganz kurz damit vorgehen, mit der Schaufel. Beziehungsweise, da können wir das nächste Mal, beziehungsweise, da können wir das nächste Mal. Achso, ich hätte auch mal eine normale Schaufel nehmen können, die ist ja, die ist ja auch ratzi-fatzi, ne? Wenn man sich das mal hier anguckt, wie schnell die da durchhaut, das ist ja, guckt euch das mal an, ey. Zack, 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 fliegt sofort alles weg. Äh, hier ist auch noch was, beziehungsweise, ja, guckt euch das mal an, ey, wie schnell das geht halt, ne? Wie schnell das halt da zerlegt wird. Das ist noch nicht mal richtig runtergefallen und ist schon zerlegt. Coole Sache. Guti, aber für heute machen wir erstmal Feierabend. Wir haben jetzt noch circa, ja, 500 Blöcke vor uns, also, ja, wir haben gut was geschafft, definitiv. Den Rest machen wir morgen in der Folge fertig. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganz krassen Support, wenn es dir gefallen hat, gerne Download oder unterlassen. Wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss.